In diesem Video gebe ich dir einen Überblick über unser Hormonsystem. Am Ende des Videos weißt du, wo unsere wichtigsten Hormondrüsen liegen und welche Prozesse durch die von den Drüsen ausgeschütteten Hormone gesteuert werden. Zum Verständnis des Themas ist diesmal kein besonderes Vorwissen nötig, doch ist es sicherlich hilfreich, wenn du bereits die Wirkungsweise von Hormonen kennst. Beginnen wir damit zu klären, was das Hormonsystem in unserem Körper überhaupt ist. Ebenso wie unser Nervensystem ist es ein Nachrichtensystem. Die Hormone sind in diesem System die Botenstoffe, das heißt, sie übermitteln die Informationen an entsprechende Zielorte im Körper und steuern dadurch wichtige Lebensprozesse. Anders jedoch als beim Nervensystem werden im Hormonsystem die Informationen von den Hormonen Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com und dann 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 auf www.sofatutor.com Vielen Dank.